Um mehr Stauraum im MX-30 zu generieren, können Sie die Hutablage einfach entfernen, indem Sie die Clips lösen. In weiterer Folge anheben, Hutablage entfernen und wenn Sie mehr Platz benötigen, können Sie direkt neben der Kopfstütze reindrücken. Somit entriegeln Sie das eine Drittel und auf der anderen Seite dieselbe Übung und schon haben Sie einen Kombi für zwei Personen. Ein weiteres Highlight beim Mazda MX-30 sind seine Freestyle-Türen. Konkret bedeutet das was? Ich kann sowohl den Öffnungswinkel fast auf 90 Grad öffnen, das heißt beim Ein-Aussteigen tue ich mir sehr leicht und in der zweiten Sitzreihe überraschen wir mit einer nicht vorhandenen B-Säule, die noch einmal das Beladen und Entladen erleichtert. Ein weiterer Vorteil, sofern man Kinder transportiert, es gibt auf der hinteren Türe innen keine Schnallen, das heißt die beste Kindersicherung der Welt. Man kann gar nicht raus, außer Mama und Papa steigen vorher aus. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, wenn alle Türen offen sind, gilt es tunlichst zuerst die hintere Türe zu schließen und dann die vordere, sonst verriegeln die Türen nicht. Damit man auch aus der zweiten Sitzreihe ein elegantes Aussteigen erleben kann, entriegelt man die Türe, löst die Sitzschlaufe, verschiebt den Sitz und schon kann ich einfach ein- und aussteigen. Auf der Fahrerseite fehlt die Schlaufe, dafür hat Mazda zwei elektronische Tasten auf der Rücksitzlehne integriert, womit ich die Lehne als auch den Sitz betätigen kann. Auch hier zweckdienlich beim Ein- und Aussteigen beim Montieren eines Kindersitzes. Es sind übrigens zwei Isofix-Befestigungen auf der Rücksitzbank. Einfach loslösen, Kindersitz einhängen, wenn nicht benötigt, können Sie die Abdeckkappe wieder einbauen. 2. Eindring 2. Eindring 3. Eindring 4. Eindring 5. Eindring 5. Eindring